Hallo und herzlich Willkommen zu The Walking Dead Michonne. Es sieht jetzt schon ziemlich uiuiui aus. Ich bin gespannt. Es ist ein Teil, der spielt praktisch zwischen Teil 2, also Season 2, und dem dritten Teil mit Clementine. Und ich würde sagen, wir spielen das einfach. Ich bin gespannt. Vor allen Dingen, sie kennt man halt auch viel aus der Serie. Und ich mag den Charakter an und für sich ganz gern. Und ich werde vermutlich nicht so viel plappern, weil es ist immer so ein Abenteuer, gerade bei Telltale. Das ist immer eine eigene Geschichte und das kann man sich am besten angucken wie in einem Film. Und deswegen, auch wenn ich manchmal dumme Entscheidungen treffe, aber genießt das. Ich hoffe, ihr habt Spaß und wie gesagt, ich werde ab und zu was sagen, aber nicht die ganze Zeit. Genau. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt die erste Episode. Ich kenne das auch noch nicht. Ich hoffe, das passt auch alles. Folge starten. Ich habe so viele Leute, die ich liebte, behind. So viele, dass ich sie gar nicht vergessen kann. Aber es gibt zwei, nur zwei, die ich nie vergessen kann. Ich habe so viele, die ich liebte, mit denen. Aber sie sind nicht mit mir. Okay. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020